Alter, der sieht aus wie... Ah, was ist da? Was gibt's denn da zu glotzen? Er hat beim Kampf von Berlin ein Auge verloren. Ich sage euch, wir werden die Wasserwege... Abflug, Mann. Also du kriegst jetzt eine kleine Kugel in den Kopf. Ich sage euch, wir werden die Wasserwege kontrollieren und die stählende Bruderschaft wird uns nicht aufhalten. Wir werden so viele Kronengurken machen. Das und sie uns aus dem Arsch kommen.